Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Eschborn. Dieses 2-Etagen-Haus wurde im Jahr 1981 erbaut und 2009 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und zwei Tiefgaragenparkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1 m2 weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 143 m2 auf. Das Objekt steht für 330.000 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.